Wie ihr schon gesehen habt, Freunde, gönne ich mir heute... Coca-Cola! GASTE! Oskar Schweizer! Das war das. Nun kennst du es. Das bin ich. Nein, geht gar nicht. Das war schon immer mein miesiger Traum. Was geht uns damit? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch mal wieder gut. Der liebe Evanjo hat eine Woche lang einfach nur Cola getrunken. Ich dachte, viel gut, er hat gesagt, er macht eine Woche irgendwas. Aber dass er eine Woche Cola trinkt, Bro, das ist krank. Also der Magen, wie der danach ausschaut, den kannst du, glaube ich, direkt wegschmeißen. Ich habe jetzt hier eine Coke Light am Start. Die habe ich mir gerade eben zum Lieferdienstessen bestellt. Ich persönlich trinke so gut wie nie Cola. Weil es ist reiner Zufall, dass das jetzt mit Evanius' Video gepasst hat. Aber ich finde, das ist recht aggressiv im Magen. Ich würde sagen, Leute, gönnen wir uns das Video. Ich bin gespannt, ob er durchzieht und was mit 100.000 Likes oder sowas hat. Mit Ausziehen, was das hier wird. Hallo, Leute! Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und gleichzeitig zu einem neuen Selbstexperiment. Diesmal allerdings ist es nicht zu essen, nein. Diesmal ist es was zu trinken. Und zwar eine Woche lang Cola trinken. Ich meine Cola. Ich glaube, jeder von euch hat irgendeine Verbindung zu Cola oder irgendeine Erfahrung schon mit Cola gemacht. Cola? Cola kennt halt wirklich jeder. Also ich meine wirklich jeder, jeder. Sogar der letzte Urmensch in irgendeinem Dschungel kennt Cola. Wie läuft diese Woche jetzt? Ich muss mindestens immer 1,5 Liter Cola weghauen. Und ich darf kein anderes Getränk trinken. Es darf wirklich nur Cola sein. Also ihr wisst schon, es gibt verschiedene Vorden. Es gibt ja normale Cola Light. Es gibt Zerro. Aber am Essen ändert sich nichts. Nur das Problem ist ja, dadurch, dass ich ja nur Cola trinke, wäre es wahrscheinlich nicht so schlau, scheiße zu essen zu der Cola. Weil das würde ja alles noch verschlechtert. Zum Beispiel hier. Meine Mama hat mir einfach so Zitronenschnitten gemacht. Und ich schwöre, diese Schnitten, die schmecken... So lecker, man. Aber ich muss ja jetzt Cola. Dazu trinken. Oh, eine Kombi. Boah, die ist ja brutal süß. Das ist süß. Cola ist süß. Gott, was wäre das für eine Woche? Heute ist wirklich auch ein perfekter Cola-Tag. Jeder kennt es doch. Die Sonne scheint. Okay, also ich glaube, wenn ich das machen würde, eineinhalb Liter Cola, ich würde jeden Tag zuckerfreie Cola trinken. Ich würde keinen einzigen Tag die Zucker-Cola trinken, weil mir das viel zu viel Zucker wäre. Und dann würde ich gucken, dass ich das auf eineinhalb Liter beschränke und so viel Obst wie möglich esse. Und darüber mein Wasser zu mir nehmen quasi. So eine eiskalte Coke. Aber ich würde euch gerne was erzählen. Jetzt haben Simon und ich so ein bisschen rumgespaßt. Ich würde mir auch wünschen, wenn irgendjemand im Chat sich auch bereit erklären würde, mich anzuspucken. Und dann hat das eine zum anderen geführt. Und dann haben wir ein Kind gezeugt. Sehr hässlich. Ey, Emanuel, du Schwein. Ich habe eine Frage. Was würdest du eigentlich wollen, um auszuwandern? Also hierhin auf Madeira. Joa, dann will ich schon so 100.000. Ich würde mir auch selber von mir gut vorstellen, dass ich irgendwann mal Suchtberater werde. Was? 100.000? 100.000 was? Euro, Äpfel, Bitcoin? Ja, ist doch klar. 100.000 schwer. Natürlich habe ich schon mal den Gedanken gespielt auszuwandern. So ist es natürlich nicht. Aber einer, wenn ich hier auch jetzt einfach auszuwandern, das wäre eigentlich auch komplett verrückt geworden. Aber irgendwie wäre das auch mega geil so. Deswegen, ich weiß nicht. Ich lege es einfach mal in eure Hände und verlange etwas Unfassbares. Ich sage jetzt einfach mal als Deal, als Challenge, weil ich das so mache. Wenn dieses Video wirklich einfach die 100... Alter, ich hatte noch nie in meinem Leben 100.000 Likes. Das ist eigentlich die meiste Like-Rate, aber bei 85.000. Das war auch schon so... Sagen wir hier jetzt einfach davon aus. Wir machen auf richtig Oldschool-Zwiebelsohn-mäßig... Bei 5.000 Likes. Bei 100.000 Likes. Wenn ich so schnell es geht, so schnell wie möglich einfach auswandern. Zu Simon halt. Ihr kennt doch noch dieses Ansporn, so ein bisschen... Ah, das soll ich... Ich sag das nur, dass es nicht klappt. Hör dich mal vor. Spätestens jetzt sollten wir alle einen Daumen nach oben da lassen. Ihr waren hier auf Madeira, das würde ich fühlen. Ich würde ihn direkt besuchen bekommen. 1.000 Likes, der hat. Ich weiß, wie ein 100.000 Menschen das Video hier sehen werden. Alter, ich weiß nicht. Ich lasse es. Ich gebe es einfach mal in eure Hände. Während ihr liked, dann trinke ich ein bisschen Cola weiter. Nicht das Like. Like, man. Like, 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 like. Ich bin gerade am Video schnallen. Wollte mir eigentlich so einen Kaffee gerade reinballern. Ich nehme den Kaffee ja nur. Ist schon ein bisschen fokussierter zu sein. Ein bisschen aufgewachter und hier und da. Aber, Digga, Cola hält ja Koffin und Zucker. Also doppelte Menge. 12 Sekunden später. Es gibt gerade richtig ein Problem. Ich habe fast einen Liter schon getrunken. Und ich meine es ernsthaft, Leute. Ich zittere. Ich weiß, wie man sich die Hand sieht. Aber ich bin wirklich leicht am Zittern einfach. Ich bin so auf Adrenalin. Alter, oder ich bin... Was ihr nicht wisst, was ich aber weiß, ist, dass Evanyo keine Energydrinks trinkt. Kein Kaffee mit Koffein trinkt. Und generell kein Koffein so viel trinkt. Das heißt, wenn er jetzt eine Coke trinkt, ist das für ihn schon heftig viel Koffein. Für mich ist das... Jo, ich kann jetzt auch um 22 Uhr abends hier noch so eine Coke trinken. Und da wird nichts bei mir mit dem Körper passieren, weil... Mein Körper besteht aus Koffein. Auslassen, Alter. Ich will irgendwas ficken. Jeden Abend gibt es ein Special für euch. Weil ich habe mich auf die Suche gemacht nach den seltensten Colas, die ich finden kann. Wir reden jetzt wirklich von überall. Aus Amerika, aus England, aus Asien, aus Afrika. Aber erst mal kurz meinen Tagesbedarf wegmachen. Oh, wir fangen direkt mit einem Kracher. Und zwar Japan-Cola. Alter, es ist einfach eine Japan-Cola in Kooperation mit Pepsi. Aus wirklich Japan. Guckt euch das an, die ist aus Japan, aus Japan. Als ob Coca-Cola mit Pepsi kooperieren würde. Nie im Leben. Das sind doch zwei verschiedene Sachen. Also ist das Video jetzt, dass er nur Coca-Cola trinken darf? Oder Cola-Getränke? Weil das ist was anderes. Und ich habe noch einen Knaller für euch. Und zwar Japan-Cola. Oh, herrlichen Geschmack. Oh, ei, ei, ei. Die ist so dermaßen süß, Alter. Ich sehe auch hier, das sind ja so Karamellstücke. Seht ihr das? Schmeckt nach Cola mit Karamellgeschmack. Aber leider nicht so geil. So einfach schon zu süß. Alter, die ist sowas von geil. Oh, die ist ja mega. Die ist so Cola mit Eistee gemischt. Also, oh, mm. Ich habe nur sechs Stunden geschlafen. Fühle mich aber irgendwie komplett wach. Dieser Koffein und Zucker, das knallt halt wirklich mega rein. Um meine neue volle Cola-Fasche zu kriegen, müssen wir die leere nehmen. Und einfach in den Müll treffen. Heff. Heeeey. Da wartet sie schon. Der zweite Tag wird ein Cero-Tag. Ja, ne cooler Cero würde ich auch nehmen. Cool ist ja, das ist ein neuer Geschmack. Jetzt hat die ja so eine schwarze Schrift drauf. Und da steht ja auch neuer Geschmack. Testen, testen. Alter, die schmeckt ja richtig scheiße. Schmeckt irgendeiner von euch wirklich einen Unterschied zwischen Coke Zero und Coke Light? Für mich schmeckt das beides gleich. Also, denke ich nur, wenn es nichts anderes gibt. Beste, wie kacke schmecken die? Ey, die schmeckt irgendwie furchtbar. Schmeckt wie Wasser aus dem Ghoulie, Alter. Aber schaut mal hin, was ich gefunden hab. Und zwar ein Get-On-My-Ass-T-Shirt. Oh, guck mal da, Digga. Ich hab mir damals dieses T-Shirt geholt. Ich hab, ich hab eins für ein Video verlosen. Das war bei diesen 14 Stunden wie Monteleben-Video. Und eins hab ich, glaub, privat für mich geholt. Nur, ich hab dieses T-Shirt nie wieder gesehen. Wirklich nie. Getränke in Plastik schmecken einfach Schmutz. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Das hier ist ne Plastikflasche. Und es schmeckt einfach nicht so geil. Es gibt eine Regel und die besagt, Getränke mit Kohlensäure schmecken aus einer Dose doppelt so gut. Und diese Regel ist wahr. Wenn du ne Dose hast aus dem Kühlschrank, du nimmst die, bam, machst die auf und dieses Geräusch und dann laufen die Perlen in der Seite runter. Das ist Liebe. Das ist das, wenn eure Eltern euch erzählt haben, dass sie sich verliebt haben. Dann haben sie davon geredet, wie sie so ne Flasche aufgemacht haben. Flasche geht auch, ist das nächst geilere. Ihr nehmt ne schöne kleine Glasflasche. Schmeckt einfach, jetzt nicht doppelt so gut, aber ich würde sagen, eineinhalb mal so gut wie in so nem Plastikding. Und dann machst du das schön auf, kommt sehr, sehr geil. Fühle ich mich immer gleich wie in so nem Werbespot am Strand. Jetzt kommt gestern ein Kollege zu mir, den ich damals in Amerika war. Du sagst, tut egal, damals hast du in Amerika ein T-Shirt bei mir vergeben. Du hast zwei Jahre in Amerika, dass du den Weg wieder zurück zu meinem Arsch gefunden hast. Dank dir, Biggie. Osser diese Naht hier, die gefällt mir nicht so, deswegen würde ich das T-Shirt gern zurückgeben, Monte. Ich hab zum Glück extra noch eine richtig schön kühlen lassen. Immer noch, immer noch Abschlusswasser. Ich weiß ganz genau, ihr wollt's auch wissen, wie fett bin ich jetzt eigentlich? Ich will mich ja wiegen, damit wir am Ende der Woche sehen, ob ich zugenommen habe oder nicht. Aber Leute, ich hab mich seit vier Monaten nicht mehr gewogen. Ich wiege mich einfach nicht, weil ich Angst hab. Ich hab Angst vor der Wahrheit. Oh Gott, ein Bein wiegt schon 50. Oh Gott, ich bin ein Elefant. Ich bin... 1,90, 103 Kilo. Ja. Kann man als dick bezeichnen, aber würde noch dicker gehen, würde ich sagen. Normal, ne? Trinken. Guck mal, was ich hier gefunden hab, Alter. Ohne Zucker und Koffein frei. Das wird ja wirklich der pure Abfluss. Alter, dann kann ich doch einfach gleich aus einer Furze trinken. Also wirklich, da hab ich auch mehr Geschmack. Kommen wir gleich zur Special-Sorte, kurz den Tagesbedarf wegmachen. Die Special-Sorte für den zweiten Tag ist einfach eine Cola. Muss ich schon mal sagen, find ich geil, dass er das jedes Mal findet, wenn er das trinkt. Ivanio, kurz fürs Durchziehen. Ganz normal aus, oder? Aber das ist eine russische Cola, also Peruski. Hey Leute, ganz Madeira hat Stromausfall. Das sehr Besondere an der Cola ist einfach, die ist aus dem Jahre 2000. Die Cola ist einfach 21 Jahre. Die ist älter als einige CYMAX-Zuschauer. Bitte wirst du dich verarschen, die steht wirklich einfach aus dem Jahr 2000. Diese Cola ist so alt. Als die Cola rauskam, kam Putin an die Macht. Boah, öffnen wir 20 Jahre Russland? Alter, ist die süß. Och du heilige... Alter, ich schmecke Panzer aus dem Zweiten Weltkrieg. Ich hab hier wirklich noch recht einige seltene Colas übrig. Das heißt, euch würdet ihr einiges erwarten noch. Aber komm, ich bin doch ein Schwein. Ich teile ja super gerne mit euch. Wenn ihr euch einen Arsch rüberziehen wollt, auf Instagram. Auf Instagram kriegt ihr extra Content, da labere ich euch jeden Tag mit Storys zu. Gib mir den Song, gib mir den Song, gib mir den Song, gib mir den Song, gib mir den Song. Gib mir den Song. Er los ja einfach auf Instagram. Einfach mal... Oder hast du gerade... Was war das denn für den Kombi? Ist das Tee? Achso, okay, er hat Kaffee reingemacht. Okay, ich dachte schon, er hat das auf psychomäßig gemischt. Es ist mein Ex-Mentierungssinn geweckt worden. Wie schmeckt Cola mit anderen Getränken? Capital Brat-Tee mit Cola gemischt. Wir finden es ja auch ein bisschen Cola. Könnte schmecken. Oh nein, der Anfang war richtig geil, der Abgang ist überekelhaft. Aber wie schmeckt es mit dem Song, mit so einem Astra? Ich finde das halt Bier und ich bin absolut gar kein Biertringer. Ich finde Bier eigentlich voll widerlich. Das gibt es doch bestimmt schon, oder? Spielchen. Diese Woche gibt es natürlich aber auch... Was geil schmeckt mit Cola ist McSunday von McDonalds mit einer Coke. Das müsst ihr mischen. Ich habe normale Coke mit Zucker. Die Kombi schmeckt wirklich sehr geil. Das Essen, cool. Ich meine, so einen wunderbaren Nudelauflauf, ja. Aber sonst trinkt ich jetzt immer Tee dazu oder Wasser. Aber jetzt gibt es halt eine Cola dazu, die Gunden. Ach, zu jeder Mahlzeit. Aber ich weiß, es gibt Menschen, die essen zu jeder Mahlzeit auch immer eine Cola. Aber irgendwie muss ich sagen, ich weiß, ich fühle Cola jetzt nicht in dem Sinne so zu essen. Irgendwie brauche ich da einfach einen Tee oder ein Wasser, Alter. Schaut euch mal die Cola an. Heftig, oder? Ich dachte wirklich, ich bin bei Naruto, aber nein. Dieser Tipp auf Ebay verkauft mir diese Cola hier aus Japan. Warum ist die Flasche leer? Leute, ich wollte einfach hoch. Der hat da einfach reingekackt. Ich höre mir jetzt hier richtig süß noch. Bro, der Ernst, was ist das für eine Verarsche? So ein Döner-Teller, also was ist süß und schmackhaft wie sonst was. Guckt euch den mal an, so richtig lecker. Oh, den habe ich auch gegessen. Ein Zitzenschweinige Cola. Die Mischung schmeckt mir schon ziemlich geil. Leute, willkommen zu meiner absoluten Lieblings-Cola. Da habe ich nur ein einziges Mal in Amerika getrunken. Dankbar, dass es die nicht in Deutschland gibt. Aber wenn es die in Deutschland gibt, übertrieben fett werden. Also wirklich, und zwar Limetten-Cola. Vertraut mir, denkt, das ist die Special. Ich habe die bei Five Guys getrunken in Amerika. Ich glaube, die gibt es mittlerweile auch in Deutschland bei Five Guys. Bitte, bitte wirklich jetzt du. Meinst du nicht? Der das Video verschaut. Marius, ey, du weißt ganz genau. Vertraut mir, Limette. Ein, probier es einmal in deinem Leben. Schreibt mir gerne rein, was eure Lieblings-Cola ist. Es ist die Classic. Eine Cola mit Geschmack, die Limette zum Beispiel. Egal, wie mich das empfohlen hat. Jeder meinte, wenn er es mal... Keine Ahnung, ich könnte es nicht sagen. Ich habe bis damals immer Coca-Cola-Vanille getrunken. Das fand ich ganz okay. Aber ansonsten Spezi feiere ich mehr. So ein schönes paulaner Spezi ist, glaube ich, das, was ich am allermeisten fühle von den ganzen Sachen. Getrunken halt so... Boah. Boah. Oh, ist das geil. Oh, ja. Morgens, mittags, abends, ich will... Aber ich will euch nicht anlügen, Leute. Gesundheitlich mehr als fertig und abgefasst. Es ist halt ein purer Abfuck. Nicht nur, dass ich Schlafprobleme teilweise habe, sondern auch mein Hautbild verschlechtert sich einfach. Ich bin echt jeden Tag, wenn ich aufstehe, habe ich mich gefühlt in der Nase. Ich habe drei, vier Pickel. Dann hier irgendwo... Ich bin dann auch mein Gesicht aufwaschen und sowas. Hi. Und allgemein, Digga, ich bin die ganze Zeit so aktiv. Die ganze Zeit will ich irgendwie rennen. Ich will rennen und rennen und rennen. Es ist so abfassbar. Aber vielleicht ist das chill, aber diese Cola macht mich die ganze Zeit aktiv aktiv aktiv. Aber die nächste Cola, die wir uns reingönnen, darf nicht die hier sein. Darf keine hier zu Hause sein. Darf keine aus dem Supermarkt sein. Sondern sie darf nur aus dem Automaten heute kommen. Hinter diesem Wasser versteckt sich Cola. Ich müsste erst das Wasser kaufen und dann kriege ich die Cola. Belastend, wenn du erst Wasser kaufen musstest, aber nicht trinken darfst, um an die Cola zu kommen. Hui, wie neu wäre dieses Automat, Alter. Hui. Ich habe jetzt mein Wasser hier und die Cola. Und ich sage euch, es tut wirklich in der Seele weh, dieses wunderbare Wasser sehen zu lassen. Zu sagen, nein, ich habe schon so trockene Lippen, wirklich, wie ich das sehe, weil die schon heiß drauf. Aber viel schlimmer ist wirklich mit dem Teeentzug, sage ich euch. Und Law Statisting ist auch ein Teeentzug. Genauso schlimm wie ein Urinentzug. Deswegen sagt, hey, Leute, der fehlt mir so brutal. Automatenqualität? Mhm. Überleg mal, er würde noch Sport machen. Wenn du in der Woche auch noch Gym durchziehst und Sport machst und dann beim Sport Cola trinken musst, dann gibt es das pure Kotzen, glaube ich. Ich habe mal ein Video gemacht, da habe ich den Navy Seals Fitness Test gemacht gegen einen Profitriathleten. Und der hat mir erzählt, dass er am Ende eines Triathlons wirklich Cola trinkt und sowas, um einfach möglichst viel Zucker reinzubekommen nochmal. Kann man machen. Gibt also Leute, die das wirklich machen. Ja, überraschend kalt. Aber das Wasser hier, das werde ich einfach hier lassen. Beim Arbeitsamt. Genau vor dem Müll stecklig ist es hier. Ach, das Arbeitsamt hier. Hier war ich früher auch. Ich wurde von den eingezogenen. Und meine Sachbearbeiterin war zwar eine richtig Süße, aber die meinte zu mir so, ah, YouTube, mhm, ob das was wird. Ja gut, ist, glaube ich, ein bisschen was geworden. Ein bisschen Kleingeld. Aber noch was zu futtern, ihr Schweine. Hm. Oh, so ein Leibniz-Keks. Hm, 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 so gut. Und diese Zwiebelringe hier. Zucker, oh ja, noch mehr Zucker. So süßes, mit süßen Runterspülen. Ach, ey, ist ja ein Zero. Stimmt. Seht ihr die Cola hier? Die sieht richtig schön vergiftet aus. Alter, die muss ich haben. Komm schon, saug sie ein, saug, saug, saug. Nimm sie, ja. Alter, ich will genau die haben. Oh, was ist das denn für ein Fake? Ah, scheiße, die sieht ja richtig gesund aus. Oh, ich bin komplett normal. Ich zähl mal die Klasche weg. Boah, was, vielleicht waren die doch vergiftet. Da Cola ist Abführmittel. Cola ist wirklich Abführmittel. Meine Güte, muss ich auf... Hier schön ein paar Nudeln gemacht. Gib mal so einen Liter normale Cola ins Klo. Lass über Nacht drin stehen. Mach am nächsten Tag ein bisschen Reibi-Reibi. Und dann ist da natürlich richtig sauber. Oh, Guter. Nein, nein. Und weil ich ja gestern vergessen, das Special-Getränk zu zeigen, habe ich was ganz Besonderes für euch. Und zwar aus der Türkei. Beziehungsweise Italien. Cola, Coffee, Caramel. Gibt's nur in Italien und in der Türkei. Dazu habe ich ein geiles Franzbröchen. Kennt nicht jeder von mir wahrscheinlich. Ist eigentlich im Norden eher bekannt. Schmeckt aber... Brotterhaut lecker. Das hat so einen geilen Kaffeeabgang. Oh, das ist eine komische Mischung. Kaffee mit Kohlensurie könnt ihr euch vorstellen. Ekeler. Der Nachgeschmack von so einem geilen Karamell-Kaffee ist geil. Ja, probieren wir es her. Wie würdet ihr euch die Mischung aus einem Kaffee und Cola vorstellen? Ich bin Kaffee-Junkie. Und für mich kommt nichts anderes als ein Kaffee. Aber ich glaube, bei so einem Experiment würde ich es fühlen. Ich glaube, es würde klargehen. Gibt da eine schlimmere Kombination als Cola mit Kaffee. Wie würzt sich Mentos auf unterschiedliche Colas aus? Oh, ich krap' mal zwei rein. Okay, mal gucken, wie bei Vanille es funktioniert. Oh, die kann doch nichts außer E-Kaffee schmecken, oder? Ivanyu, schreib dir das auf. Ergebnisse sind notiert. Wenn ich in dieses Buch jemanden reinschreibe, hält er vom Stuhl. Ihr glaubt mir nicht. Guck zu und jetzt viel Spaß am Hinfallen. Oder? Oder? Moment, ich glaub mir immer noch nicht. Okay, Re-Wi-S-O-A-N-T. Egal, was ich mittlerweile esse. Jedes Mal habe ich so Mark-Krämpfe gefühlt, wie wenn ich was esse, als ob ich Cola meine Magensäure zerstören würde. Ich fass es nicht. Noch mehr schlechte Nachrichten. Also da gab es damals, als ich, das war schon lange her, vor zehn Jahren oder so, da ging so ein Bild rum, dass ein Hund in so ein riesiges Behälter aus Cola gefallen ist und sich dann aufgelöst hat. Kann sein, dass auch so eine klassische Schwachsinn-Story ist, die man einfach in dem Alter glaubt. Aber da war die Story, dass halt eben Cola Fleisch auflöst. Könnt ihr euch mal schon vorstellen, so günstig wie das ist. Fertifux hat ein neues Design. Schaut euch das doch mal an. Das ist nicht mehr der süße Fertifux von damals. Schmeckt jetzt vielleicht doch anders? Bruder, das... Man sieht genau, wie unfassbar lecker das hier gerade ist. Wir haben heute Subway gemacht. Digga, guck dir die Kekse an, wie groß die werden. Hat doch jeder als Kind schon mal gemacht, oder? Cola genommen und Kekse reingetroffen. Äh. Nicht werden durch Köpfen für diese Aussage, aber Cola ohne Kohlensäure schmeckt irgendwie leider irgendwie richtig geil. Gott. Ich kann Cola nicht mehr sehen. Morgan, ich habe gerade gute Laune, weil heute hatte ich Besuch aus Hannover. Und Spybers war da. Das ist der Typ, mit dem ich die Taxifahrt gemacht habe, 500 Euro. Und der hat mir drei Cola-Sorten hier mitgebracht. Und jetzt denke ich euch, ja, das ist ja nur light oder sonst was. Nein. Da war bei Five Guys. Und bei Five Guys ist das coole, da kannst du die Colas so gesagt mischen und special Geschmäcker. Ja, das stimmt. Die haben richtig geil Geschmäcker. Keine Ahnung, aber lecker. Das schmeckt wie Wasser, mein Pisse. Eta knallt Cola auf den Magen. Seit diesem Experiment kommt da wirklich alles raus. Selbst meine Niedelkoppel war ich nicht mehr mit raus. Meine Probleme werden leider immer schlimmer. Wenn ich was esse, habe ich Magenkrämpfe. Ich habe schlaflose Nächte. Und ich bin ultra hässlich. Man muss auch dazu sagen, das hat Evanio jetzt hier nicht gesagt, das muss man als kleinen Kritikpunkt anmerken. Eine Sache beeinflusst das Experiment sehr. Ich glaube, Evanio hat aus dem Zweitkanal hochgeladen, dass er pornosüchtig ist. Und ich glaube, er verzichtet da gerade auf was. Das könnte natürlich auch sehr stark dazu führen, dass er nicht mehr wirklich schlafen kann. Aber ich glaube, das hässlich war halt schon erfordert. Ähm, ja. Ich trinke aber die Pisse jetzt über den Tag verteilt weg. Luciano, let's go. Einer, da oben habe ich einfach gebumst. Oh Gott, ich dachte, ich kotze. Alter, ich habe so einen Magenkram. Gott, oh Gott, als ob mein Magen sich komplett zusammenzieht. Ich muss nicht auf Toilette. Und jetzt, passt auf. Und heute kriegt ihr einen absoluten Special-Special-Tab. Weil wir werden heute alle Sorten, die ich jetzt noch habe, alle Special-Sorten, die werden wir über den Tag verteilt jetzt trinken und die werde ich euch zeigen. Die Sorte, die jetzt direkt kommen, wird ein Knaller. Weil ich meine, das ist jetzt wirklich ernst. Das ist jetzt eine ernste Aussage, die ich jetzt bringe. Es wäre leichter gewesen, Pocain zu besorgen, als diese Cola-Sorte. Monte hat mich... Nein. Die Story, das habe ich mitbekommen. Also ich weiß nicht, ob ich das eben sagen darf, Evanyo. Wenn ich es jetzt nicht sagen soll oder so, dann kriege ich einen Einlauf von ihm. Aber ich weiß, dass Evanyo mit Holle gequatscht hat, ob er Monte irgendwie fragen kann, wegen der mexikanischen Coke. Das war, als ich in Hamburg war. Und weil Monte schon mal irgendwo mexikanische Coke herbekommen hat. Und mexikanische Cola ist sehr, 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 sehr schwer zu bekommen. Ich bin gespannt, ob er jetzt wirklich mexikanische Cola hier probiert. Brutal heiß gemacht. Auf, mexikanische Cola. Mexikanische Cola. Was ist das Besondere an mexikanischer Cola? Die wird nicht aus diesem gewöhnlichen Zucker hergestellt, sondern die Rohrzucker. Die soll einen anderen Geschmack haben. Und ist halt ultra selten. Das ist so unfassbar nervig zu besorgen. Das war ein Kramp. Und die hat mich einfach 50 Euro gekostet für zwei Stück. Gering Kredina. Ich habe halt noch eine zweite, aber die wird halt auf Insta verlost, wo ich einige Cola-Sorten probiere zu verlosen. Ich glaube nicht, dass die groß anders schmeckt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Rohrzucker am Ende des normalen Zucker irgendeinen großen Unterschied macht. Oh, geil. Sanfter Zuckergeschmack. Sonst finde ich, bei Cola knallt immer die Zucker so richtig rein. Aber das ist so, als ob so leicht der Zucker sich in der Mund verteilt und dann schon reingeht. Ich will die gar nicht austrinken. Die ist viel zu cool, Alter. Und ich habe viel zu wenig von der. Deswegen trinken wir diese Cola hier. Cola spicy. Ja. Du siehst hier gerade richtig, ich habe eine Cola, die scharf sein soll. Mit Ingwer, das? Aua. Aua, aua, aua. Der Auge, in mein Auge kam ein Spritzer. Schmeckt scheiße, Mann. Schmeckt einfach richtig scheiße. Schmeckt so richtig falsch. Wie so ein leichter, scharfer Unterton. Oh nein, oh nein, ich tue es schon wieder. Oh, oh, oh. Das ist zwei Kilo mehr. Erklärt das meine Mutter? Verpiss dich hier einfach. Und jetzt wird es weihnachtlich. Ich nehme euch mit ins Weihnachtswunderland, weil wir haben hier einfach Cola, Zimt. Wie gibt es anscheinend ab und zu mal im Deutschen? Oh, das spricht mich an. Nicht in dieser Plastikflasche, aber Zimt und Cola stelle ich mir super geil vor. Das ist unerwartet, aber das stelle ich mir sehr geil vor. Die Weihnachtszeit, ich habe es jetzt mal besorgt beim Weihnachtsmann. Sehr stark. Oder Kaffee. Oh, das schmeckt die Scheiße. Warum es gibt diese Sorte nicht in Deutschland schon lange? Und zwar Coca-Cola Pfirsich. Das ist doch übelst naheliegend, so etwas auch mal rauszubringen. Ich kann mir halt wirklich vorstellen, dass es eine andere Liga wirklich wird. Oh, riecht das gut. Warum ist das so wässrig? Oh, das könnte richtig lecker sein, aber es ist leider so wässrig. Bock mehr? Würse ich Geschmack und das wäre in der Bombe. Ah, endlich mal wieder, mein Lecker. Geliebt, dafür verminst du dich. Ich habe dich schon so vermisst. Was kann ich nach der Woche eine Woche Cola zu euch sagen? Wenn ihr Cola trinken wollt, macht das ruhig, aber lieber in Maaßen und nicht jeden Tag. Vielleicht auch nicht in der Maße, wie ich sie getrunken habe. Weil Cola an sich kann ja ein geiler Genuss sein, aber das war einfach kein Genuss mehr, das war einfach nur noch Quas. 100 pro sagt er die 100.000. Also Leute, auf jeden Fall einen Daumen da lassen. Ich bin mir todsicher, dass Evanyo, also wenn, dann schickt auch noch Unger irgendwie alle seine Zuschauer darüber, dass es 100.000 ausgibt, aber 100 pro wandert Evanyo noch innerhalb der nächsten 2-3 Wochen nach Madeira aus. Ganz, ganz sicher. Sobald er da ist, dann geht es für mich auch dieses Jahr nach Madeira. Möchte ich ihn auf jeden Fall besuchen kommen. Ich wollte sowieso schon lange nach Madeira. Ich habe nur Gutes gehört von dort. Ein paar Kumpels von mir, die Fotografen sind und sowas, waren da erst letztes Jahr ein anderer Kumpel von mir, den ich schon länger kenne, der ist ausgewandert dahin und so weiter und so fort. Also es gibt viele Gründe nach Madeira zu reisen. Und jetzt, wenn Evanyo da ist, gibt es einen Grund mehr. Das heißt, für dieses Jahr steht auf jeden Fall meine Bucketlist Madeira. Here we come. Evanyo, super geiles Video, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich fand es ein bisschen viele Monte-Einspieler, aber das ist der einzige kleine Kritikpunkt. Ansonsten sehr geil durchgezogen. Ich würde es auf keinen Fall nachmachen. Es ist einfach nur super ungesund und möge das mit Madeira klappen. Bis zum nächsten Mal.